Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in diesem Video gebe ich euch einen Jahresrückblick über das Jahr 2020 und meine Selbstständigkeit, die ich im April, Mai begonnen habe im Bereich Film und Fotografie. Ich plaudere in diesem Video ein bisschen aus dem Nähkästchen und sage euch, wie es mir bis heute ergangen ist und was die Zukunft eventuell noch bringen wird. Bleibt dabei und ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Also, was ist passiert? Im April habe ich die Firma verlassen, in der ich schon seit über zwölf Jahren gearbeitet habe als Personaler, um mich als Filmemacher hauptberuflich selbstständig zu machen. Den Wunsch, dieses Projekt durchzuziehen, hatte ich schon seit Jahren, aber ich habe nicht den Mut dazu gehabt, diesen Schritt wirklich zu machen. Die Jahre zuvor habe ich zwar immer wieder Aufträge von Hochzeiten und manchen kleinen Imagevideos angenommen, aber das war eben immer nur nebenberuflich und ich konnte mir diese Zeit, um diese Videos zu erstellen, auch nur ganz schwer aus den Rippen rausschneiden, weil ich war ja in dieser Hauptangestellten-Tätigkeit. Und das war aus Zeitgründen richtig, richtig schwierig, beide Sachen immer miteinander zu verbinden. Aber ich habe halt gemerkt, wenn ich ein Videoprojekt dem Kunden abgeliefert habe, waren die Kunden eigentlich jedes Mal mit meiner Arbeit zufrieden. Und das hat mich immer weiter gepusht und diesen Gedanken an die hauptberufliche Selbstständigkeit in diesem Bereich anzugehen, hat mich immer weiter gepusht eben. Und ich muss euch sagen, hinzu kam auch noch die Entscheidung, mich von meiner hauptberuflichen Tätigkeit im Personalwesen zu trennen, die immer wieder kommenden Restrukturierungen in der Firma. Und diese Re-Orgas haben mich als Personaler, ich möchte mal, sehr emotional gefordert und haben mich auch nicht wirklich glücklich in meiner Tätigkeit gemacht. Hingegen, wenn ich irgendwelche Projekte mit der Kamera umgesetzt habe, hatte ich einfach dieses Feuer in den Augen, um mich da auch mit meiner vollen Leidenschaft und Energie da zu verausgaben. Ja, hinzu kam auch noch, dass ich mich gefragt habe, bin ich als Personalreferent wirklich bis zu meiner Rente glücklich? Und die Frage konnte ich mir tatsächlich als Nein eindeutig beantworten, zumindest in dieser Firma. Und eine Frage hat mich auch extremst beschäftigt. Ich habe mir vorgestellt, ich sitze mit Mitte 60 auf der Couch, bin in Rente und stelle mir selber die Frage, warum, Sigi, hast du nicht die Eier in der Hose gehabt, dich wenigstens mal zu versuchen in der Selbstständigkeit, also in diesem Film- und Fotobereich. Warum hast du es nicht gemacht? Im Bekanntenkreis sagen alle, hey, du brennst doch dafür. Warum hast du es nicht durchgezogen? Nur aus Angst? Und so habe ich mich dann tatsächlich auch zu diesem krassen Schritt Anfang des Jahres entschieden, selber Teil der Reorganisation in meiner alten Firma zu sein, um die Company zu verlassen. Das ist in der allergrößten Krise passiert, im April. Natürlich hat man ja auch Kündigungsfristen, die man ein bisschen einhalten muss und diese Krise konnte ich nicht vorhersehen. Aber es gab da auch kein Zurück mehr. Meine Entscheidung stand fest und ich habe es durchgezogen. Und auch in meinem Bekannten- und auch Kundenkreis hatten alle riesigen Respekt vor meinem Vorhaben. Aber ich habe tatsächlich auch nur positive Rückmeldungen bekommen und sie haben mich echt positiv einfach ermuntert, das durchzuziehen. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, wenn ich was anfasse, dann brenne ich dann auch dafür und ziehe es durch und lege da meine ganze Energie und mein Herzblut rein. Vorher, vor diesem Entschluss, hatte ich allerdings auch mit Fotografen in meinem Alter gesprochen und habe sie gefragt, wie lange habt ihr eigentlich gebraucht, um in diesem Fotografie-Job leben zu können? Und die Ansage war bei, ich glaube, zwei Fotografen identisch, die sagten, fünf Jahre haben sie gebraucht. Also so lange dauert es anscheinend, bis man einen großen Kundenstamm aufgebaut hat, um permanent durchgebucht zu werden. So, aber ich hatte einfach oder habe auch nicht genug Erspartes, um mich fünf Jahre lang auszuprobieren. Höchstens, allerallerhöchstens ein Jahr. Und so lag schon echt ein enormer Druck auf mir, wirklich performen zu müssen. Und am allerersten Tag, an dem ich dann meine Firma verlassen habe, weiß ich noch ganz genau, saß ich im Auto und rief meine ganzen Kundenkontakte an und habe sie darüber informiert, dass ich ab sofort hauptberuflich für Video- und Fotoprojekte zur Verfügung stehe. Und war ganz cool, die haben das sehr gut aufgenommen, hatte gutes Feedback und standen auch nach diesen Telefonaten auch konkret mal Termine zur Absprache an. Und im nächsten Schritt habe ich dann meinen Finanz- und meinen Businessplan aktualisiert, um meinen Tagessatz exakt an meine Lebenshaltungskosten anzupassen, dass ich eben weiß, wie viel ich tatsächlich verdienen muss, um überleben zu können. Und eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für mich war auch, dass ich pro Monat ca. 11 Tage für Kunden mit diesem errechneten Tagessatz ausgelastet sein muss, um davon meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und 11 Tage jeden Monat ist wirklich eine Hausnummer. Und nicht jeder Kunde zahlt oder möchte auch diesen Tagessatz bezahlen. Da muss man sich auch überlegen, nimmt man den Auftrag überhaupt an oder lässt man es? Und auch gerade in den allerersten beiden Tagen habe ich mich zur Kaltaktwiese durchgerungen. Ich habe den Telefonhörer in die Hand genommen, habe die Unternehmen, die in meiner näheren Umgebung ansässig sind, angerufen und habe sie gefragt, hey, braucht ihr nicht Video-Content für die und die Webseite oder für die und die Produkte? Aber das Ganze war sehr nüchtern, das hat nämlich 0,0 gebracht und war eigentlich mehr als frustrierend. Die meisten sagten, ja, lassen wir mal die Kontakte da, schicken Sie mal eine E-Mail. Die haben sich natürlich nie wieder gemeldet. Und das waren auch tatsächlich die einzigen zwei Tage, an denen ich diese Telefonakquise unternommen habe. Was aber tatsächlich sehr gut funktioniert hat, um Kunden auf sich selbst aufmerksam zu machen, waren Content auf meinen Social Media Plattformen zu posten. und so sich immer wieder zu zeigen und auch den Kunden zu zeigen, dass man aktiv ist, dass man was macht, dass man was schafft und coole Ergebnisse abliefern kann. Und ich bin auch echter Meinung, dass gerade heutzutage ist es so einfach wie noch nie, seine Arbeit draußen in der Welt zu zeigen. Und so baue ich mir auch nach und nach meine Marke, also Eichhorn-Film, auf und hoffe, bekannter zu werden und poste auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn und auch YouTube die Videos oder die Fotos, Making-ofs-Geschichten. Und es ist tatsächlich so, wenn ich irgendetwas poste, ganz egal, ob Videocontent oder Fotocontent, schreibt mir ein Kunde oder jemand ruft an und sagt, hey, ich habe das und das gesehen, kannst du denn nicht das und das für mich machen? Und dann ist man im Gespräch und wenn der Kunde auf einen zukommt, ist es so viel einfacher, daran anzuknüpfen, als wenn man selber zum Telefonhörer greift und sich da durchtelefonieren muss. Und das ist echt beeindruckend, weil ich diese ganze Social-Media-Schiene früher total unterschätzt habe. Und meine Kanäle sind nicht groß, sie sind eigentlich sehr, sehr klein. Mit 1000 Instagram-Abos und fast 4000 YouTube-Abos erreiche ich da nur minimal Leute. Aber es reicht tatsächlich, um immer wieder interessante Projekte reinzubekommen. Ja, und so kamen jetzt seit Mai tatsächlich sehr, sehr viele interessante Themen rein. Angefangen hatte das Ganze innerhalb der Krise mit Immobilien-Videos. Da sind zwei Immobilien-Markte auf mich zugekommen. Da war ich jetzt nur zu zweit mit denen am Drehort und habe eine große Industriehalle mit der Drohne abgefilmt und Innenaufnahmen gemacht und nochmal eine andere Immobilie. Das war eigentlich ziemlich cool. Und danach kamen noch zwei kleinere Corona-Hochzeiten. Einmal ein Hochzeitsfilm und einmal Fotografie. Und dann ging es immer, immer weiter bis hin zu Business-Porträts, die ich gemacht habe. Eine Fotokampagne für einen Ökostrom-Anbieter und ganz, ganz viele Sport-Tutorials für Unternehmen. Aber auch Beatboxing-Tutorials für den Musik-Schulunterricht. Und dann noch verschiedenste Drohnen-Aufnahmen für, was weiß ich, so 3D-Simulationen, wo ich einfach das Drohnen-Footage geliefert habe. Aber auch einen anderen Drohnen-Film für eine kleinere Partei aus der Politik. Ein cooles Musikvideo. In einem Zirkus durfte ich auch noch filmen. Und wurde aber auch in der Zwischenzeit auch als zweiter Kameramann bei einer Literaturvorlesung gebucht. Das war auch ganz interessant, einfach nur filmen zu müssen, die SD-Karte abzugeben und Servus, das war's. Ja, und gerade jetzt, so in den letzten Monaten, filme ich sehr, sehr viele Food-Videos. Also ich bin ganz oft auf Food-Drehs. Und die ziehen sich noch in Mitte 2021. Also Food-Geschichten, da bin ich Gott sei Dank gut gebucht. Und da kommt dann jeden Monat tatsächlich fix was rein. Andere Kunden sind zum Beispiel noch das größte Busunternehmen aus Bayern. Da dürfte ich jetzt auch Filmclips und Fotos für deren Webseite machen. Und das war auch relativ schwierig für mich, weil da hatte ich eben gar keine Vorgaben. Ich sollte einfach Fotos von Bussen, wirklich Stadtbussen machen, die sie so noch nicht hatten. Also keinerlei Vorgabe. Ich musste dann einfach kreativ sein. Und auch Drohnen-Filmclips, also Bus im Sonnenuntergang zum Beispiel. Das war so die einzige Vorgabe, die sie wollten. Aber auch das Thema habe ich umgesetzt und hatte mega, mega Spaß bei der Arbeit. Und so kann ich mich wirklich glücklich schätzen, dass ich trotz dieser fiesen Corona- und Wirtschaftskrise genug zu tun habe. Ich muss jetzt sogar über Weihnachten, ich glaube, das sind noch 42 Breakdance-Tutorials, schneiden, die ich schon vor zwei oder drei Monaten gefilmt habe. Das ist echt hart. Aber es hat mir auch gezeigt, trotzdem, dass ich rödel und viel, viel mache. Ich bin immer noch nicht elf Tage jeden Monat durchgebucht. Weil ihr schaut jetzt, im Dezember hatte ich gerade mal zwei Drehtage. Den Dezember nutze ich jetzt zum Videoschnitt. Aber wie der Januar jetzt zum Beispiel wird, ich kann es euch nicht sagen. Wir haben einen Harden-Lockdown. Ob Unternehmen im Januar auf mich zukommen? Keine Ahnung. Und das Ganze ist auch gar nicht so easy, das umzusetzen, weil man ist ja als eigentliche One-Man-Show unterwegs. Ich bin verantwortlich für das Marketing, für die Beratung des Kunden, für den Film-Dreh am Set, für den Filmschnitt und mache im Background auch noch meine ganze Administration und die Büroarbeit, die auch anfällt und auch tatsächlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und so hat man eigentlich auch von diesen paar Tagen im Monat nicht unendlich viel Zeit, auch Aufträge annehmen zu können. Aber elf Tage wären schon cool. Und ich muss auch so sagen, von meinen Aufträgen hat sich das Ganze jetzt so eingependelt, ca. 80% Videocontent wird nachgefragt und 20% Fotografie. Und jetzt sieht es so aus, dass ich auch im Jahr 2021 auf einen Steuerberater angewiesen bin, weil ich meinen Kleinunternehmen-Status aufgebe und möchte ab 2021 Mehrwertsteuer ausweisen. Und das geht nur mit einer Steuerkanzlei. Das ist, alleine das noch zu machen, die Zeit habe ich eigentlich gar nicht. Ja, und was kann ich noch sagen? Ich habe auch noch zwei ganz kleine zusätzliche Einnahmequellen. Das sind diese YouTube-Videos, also über die YouTube-Werbung bekomme ich da ein bisschen Kohle rein und über das Amazon Affiliate-Programm. Aber nein, da kommen im Schnitt maximal 150 Euro im Monat rein und diese 150 Euro muss ich auch noch versteuern. Also das ist eigentlich fast zu vernachlässigen, diese Einnahmequelle. Aber ich muss mich auch selber zukünftig sehr, sehr disziplinieren, was die Anschaffung von Kamera-Equipment, Licht, Ton usw. angeht. Ich habe mir auch ein MacBook kaufen müssen, um meinen Videoschnitt hier zu machen und Festplatten. Und so habe ich in den letzten drei Jahren circa 20.000 Euro ausgegeben, um vernünftig arbeiten zu können. Also diese Werkzeuge brauche ich auch für die Arbeit, aber es ist so viel Kohle rausgeflossen, die muss man erstmal wieder erwirtschaften. Also das darf man nicht unterschätzen. Ja, was kann ich noch sagen? Absolut ungewohnt ist für mich in dieser neuen Selbstständigkeit diese permanente Ungewissheit, die ich habe. Die ist seit April da, seitdem ich selbstständig bin. Werde ich denn weiterhin gebucht werden? Was passiert in den nächsten zwei, drei Monaten? Das weiß ich immer nicht. Und Gott sei Dank kamen immer wieder Aufträge rein, aber man muss mit dieser Ungewissheit umgehen können und das muss ich auch noch lernen. Und zur Arbeitslast ist auch zu sagen, von der Taktung her ist es bei mir sehr, sehr speziell. Denn wenn meine Tochter bei mir ist, das sind meistens so drei bis vier Tage die Woche, bin ich am Nachmittag nur der Papa und lasse die Arbeit komplett ruhen. Und an den anderen Tagen, wo ich dann alleine bin, arbeite ich wirklich durch. Ich bin da ganztags auf Dreh oder sitze auch ganztags Tag und Nacht am Rechner und schneide meine Videos und komme darauf im Schnitt fünf Stunden Schlaf in der Nacht. Ganz gesund ist das nicht. Da muss ich auch noch irgendwie eine Balance finden. Aber ich wollte es euch nur sagen, wie es abläuft. Und alles in allem arbeite ich jetzt in dieser Selbstständigkeit doppelt so viel wie in meinem alten Bürojob und verdiene weniger. Aber ich bin jetzt glücklicher und viel, viel zufriedener als die letzten Jahre mit diesem festen und sicheren Einkommen. Und ich denke, das merkt man mir auch an. Jetzt wisst ihr erst mal Bescheid, wie es mir so geht. Und ich kann euch auch gerne mal Mitte des Jahres oder Ende des Jahres 2021 ein Feedback geben, ob sich denn meine Wünsche und alles so entwickelt hat, wie ich das mir so vorgestellt habe. Ja, und jetzt ist erst mal Weihnachten. Und jetzt packe ich gleich vorab schon mal ein Weihnachtsgeschenk aus, welches ich mir selber gemacht habe. Und zwar habe ich mir über diesen Webshop, wo ich meine Bilder hochgeladen habe, über Pictures, mir ein Bild ausdrucken lassen auf Acrylglas. Und ja, dieses Bild war eins meiner anspruchsvollsten Fotos, die ich je gemacht habe. Und zwar schaut es euch an, um welches Bild es sich jetzt hier handelt. Ich hänge es jetzt mal auf. Ich hänge es jetzt mal auf. Und das war tatsächlich ein sehr, sehr anspruchsvolles Bild. Zum einen hier diesen schönen Kreis mit der Drohne zu fliegen. Und diese Lichter, die ihr hier seht, sind die Landungslichter der DJ Mavic Pro 2. Und hier sind die ganz vielen, vielen Sterne zu sehen, die keine Strichspuren bilden. Und das war auch das Ziel der Geschichte, den Baum irgendwie super schön darstellen zu können, ohne die Sterne irgendwie verwischt auf dem Foto zu haben. Das Ganze ist mit einem Foto passiert. Ich verlinke euch auch gerne mal das Video oben und da könnt ihr euch mal das Making-of dazu anschauen. Wow, ich bin echt begeistert. Die Qualität ist echt geil, obwohl es ein Nachtfoto ist. Es war echt eine gute Entscheidung, dieses große Bild auf Acrylglas machen zu lassen. Echt cool. Jetzt hänge ich es noch auf. Oh, es hängt in der Waage. Jetzt hoffe ich nur, dass die Nägel halten, weil einer war schon ganz schön krumm, jetzt mal reinhauen. Wenn euch das Video neugierig gemacht habt oder ihr euch auch gerade mit dem Thema der Selbstständigkeit befasst, fragt mich gerne unten in den Kommentaren etwas. Ich kann euch wirklich aus meiner Situation alles erzählen. Und ja, freue mich über ein Like für das Video oder ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt. und sage jetzt Servus, bleibt gesund, habt schöne Weihnachtsfeiertage. Euer Sigi vom Amazin. Bye, bye. Und tu tue, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.